Wer ist nicht mehr da? Wer ist nicht mehr da? In die deutsche Geschichte wollen wir eingehen. Wir hängen wieder einmal dabei. Wir waren eine BSG, eine Betriebssportgemeinschaft. Die wurde von den Funktionären immer etwas benachteiligt gegenüber den Fußballclubs. Und die besten Spieler wurden dahin abgezogen oder delegiert, wie man das früher nannte. Und daraufhin war man immer etwas der Benachteiligte. Und ich denke, daraus resultiert auch dieser bessere Zusammenhalt hier. Einfach die super Atmosphäre, unsere Fans, die peitschen uns immer nach vorne. Und es ist einfach ein geiles Erlebnis hier, was hier abgeht im Herzgebäge. Traditionsverein wie in Aue, da gibt es wahrscheinlich selten so etwas Ehrliches. Traditionsverein und Fans und Spieler, eine Einheit, das ist kein Wahle. Das heißt nicht den schnellen Erfolg zu führen, sondern den längerfristigen Erfolg und den kleinen Schnecken zu führen. Einer für alle, alle für eine. Und das hat uns immer alles gezeigt. Und auch hinterher wurde natürlich ganz schön gefeiert. Weg auf! 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 Weg auf!